344 und Dimitri Leverjak sogar ein bisschen Quadri Aruna am Sonntag gekrönt hat und mit einem Fehlaufschluss nehmen wir den natürlich gut mit dem Punkt für die Franzosen das muss er jetzt mitnehmen den ersten nutzt er gleich 11 zu 6 2 0 seine Führung gegen den Serben Dimitri Leverjak ja und jetzt war er da doch jetzt seine Sache konzentrierter macht immer noch nicht glaube ich gut spielen das macht dann die Qualität aus den macht er 11 zu 2 gewinnt Irwin Petron hier den dritten Durchgang und und u u u u u u